So, und als Bonusrunde heute, da war ein Viereckharm, machen wir auch wieder ein kleines Passspiel mit uns selber. Und zwar so, dass wir immer um die Ecken rundherum laufen, aber vor den Ecken den Ball spielen. Ja, klingt kompliziert, aber sehr einfach. Ja, ich mach's euch mal vor. Also, ihr lauft um das Viereckharm. Ich spiele hier bei dem Ball durch die Lücken durch. Ihr lauft aber selber immer ausrum. So, weil wir jetzt zwei Viereckharm haben, soll man das Ganze auch links rummachen. Dann hören wir einmal aus, lassen die dann hier, ist eben auch nicht so schlimm. Wir können ja Fehler machen, weil nur das Fehler kann man auch wehren. Auch ich müsste mehr mit meinem linken Fuß trainieren, damit er besser wird, ja? Echt grüßen und runter, euer Tommi. Ja. Oh, oh. Jo-Jaw-L